Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. In Phase 3 von 4 der epischen Herausforderung Woche 3 Fortnite 2 Season 6 müssen wir aus maximal 20 Metern Entfernung einem Gegner schaden mit der Pistole zufügen. Erbruch! Ja, ja! Ja, ja! Ich bin zwar jetzt gerade gestorben, egal, der Pistolenschaden ist erledigt. Danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!